Hallo ihr Lieben, wie ihr wisst, habe ich ein Buch über die Männergesundheit jenseits der Urologie geschrieben. Darum geht es aber heute nicht, sondern es geht einfach um das Mannsein und was dies heutzutage in Klammern noch bedeutet. Außerdem möchte ich den November im Sinne der Männergesundheit würdigen, um über mögliche männliche Störungen bis Erkrankungen und wie wir diese vorbeugen bzw. frühzeitig erkennen können, mit euch zu sprechen. Ja, was zeichnet uns Männer überhaupt noch aus? Oder wie Herbert Grönemeyer bereits vor 40 Jahren in seinem Song Männer fragte, wann ist ein Mann ein Mann? Eine heutzutage gängige künstliche Intelligenz antwortete mir darauf, ein Mann ist dann ein Mann, wenn er sich selbst als solchen identifiziert. Geschlechtsidentität ist eine persönliche und individuelle Erfahrung, die nicht von äußeren Merkmalen oder gesellschaftlichen Normen abhängt. Es ist wichtig zu verstehen, dass Geschlecht nicht nur auf biologische Faktoren basiert, sondern auch auf sozialen und kulturellen Konstruktionen. Jeder Mensch hat das Recht, seine eigene Geschlechtsidentität zu erkunden und anzunehmen, unabhängig von den Erwartungen anderer. Es ist entscheidend, Respekt und Akzeptanz für die individuellen Identitäten und Erfahrungen jedes Menschen zu zeigen. Sicherlich ist dies sachlich richtig, aber genauso emotionslos wie das ganze Thema KI derzeit noch. Meine Frage aber soll weiterreichen. Worin unterscheiden wir uns noch von Frauen in Zeiten, wo diese sich zunehmend männlich emanzipiert haben, teils genauso viel oder mehr wiegen, selbst für ihren Unterhalt sorgen können und häufig nicht nur in Partnerschaften wortwörtlich die Hosen anhaben? Seit Menschen bestehen auf unserem wunderschönen Planeten liegen 120.000 Generationen als Jäger und Sammler, 500 Generationen Ackerbau und Viehzucht, zehn Generationen nach industrieller Generation hinter uns, nun ein bis zwei Generationen im digitalen Zeitalter. Das traditionelle Bild des Mannes vom Jäger, Ernährer und Beschützer, Kämpfer und Eroberer ist historisch obsolet geworden. Wo ist da unser Platz als Mann in einer Gesellschaft, in der die Digitalisierung mit Computerarbeitsplätzen unsere Körper im Gegensatz zu zurückliegenden Generationen immer weniger fordert und die künstliche Intelligenz uns unsere geistigen Fähigkeiten streitig macht? Müssen wir uns sorgen, unsere männlichen Attribute auch durch die Technisierung und zunehmende Computerisierung ganz zu verlieren? Traditionell wurden Männern bestimmte Eigenschaften wie Stärke, Durchsetzungsvermögen und Unabhängigkeit zugeschrieben. Heutzutage wird jedoch zunehmend erkannt, dass Geschlechterrollen flexibel sind und dass es keine festgelegten Merkmale mehr gibt, die einen Mann definieren. Jeder kann seine eigene Vorstellung davon haben, was es bedeutet, ein Mann zu sein. Und diese Vorstellung kann von Person zu Person wortwörtlich divers sein. Es scheint wichtig, dass jeder die Freiheit hat, seine Identität selbst zu definieren und sich nicht von gesellschaftlichen Erwartungen einschränken zu lassen. Ja, aber jetzt mal Butter bei der Fische. Was versteht ein jeder von euch heute unter Männlichkeit? Ist es ein Fitnessstudio gestellter Körper, Männer, die aufgrund der Entdeckung der Pflegeindustrie und flächiger Entfernung störender Körperbehaarung bald länger im Bad brauchen als die wunderbaren Frauen der Schöpfung? Oder etwa der Mann, der bei Wind und Wetter seinen Grill anschmeißt und dazu literweise Bier trinken kann? Apropos Bier, Männer, Hopfen, ein Grundbestandteil dieses von Gleichgesinnten als Durstlöscher in allen Lebenslagen häufig missbrauchte Alkohol, beinhaltet nicht unwesentliche Mengen an Phytoöstrogenen, die unsere Fettpolster rund um den Bauch und Hüften anschwellen lassen und sogar für einen Brustansatz sorgen können. Biologisch betrachtet ist Männlichkeit definiert durch unser Y-Chromosom und den Einfluss des Hormons Testosteron. Auch eine ausgeprägte Zeugungskraft, nicht Überzeugungskraft, gilt neben körperlichen Merkmalen wie eine markante Stimme, ein breites Kreuz und unsere Körperbehaarung mehr oder weniger als männlich. Hard Facts belegen, dass wir als Mann durchschnittlich nur etwa 78,5 Jahre alt werden. Das sind nicht mal 30.000 Tage! Und im Durchschnitt sterben Männer in Deutschland noch immer etwa 5 Jahre, sprich 2000 Tage früher als Frauen. Zum Glück hat Abraham Lincoln bereits gesagt, es sind nicht die Jahre deines Lebens, die zählen. Was zählt, ist das Leben innerhalb dieser Jahre. Sind wir Männer uns der Kürze wie des Sinns unseres Lebens wirklich bewusst? Oder verleben wir unser Leben einfach, wie man das halt so macht, bis wir irgendwann krank werden, was ja der Volksmeinung nach quasi zum Älterwerden dazugehört. Fest steht, dass traditionelle Männerrollen noch immer häufig eine Achtsamkeit und Aufmerksamkeit für den eigenen Körper verhindern, die Bereitschaft viel zu arbeiten, gepaart mit Stress und Risiken einzugehen begünstigen und eine geringere Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen nicht zu leugnen ist. Statistisch verkürzen insbesondere Herzerkrankungen wie das Verengen der Herzkranzgefäße bis hin zum akuten Herzinfarkt sowie Krebserkrankungen der Prostata, der Lunge und des Darms das Leben der Männer. Nachfolgend geht es ans Eingemachte, daher nur für starke Nerven. Und die Damen unter meinen Podcast hören, müssen mal kurz die Hörer abnehmen bzw. die Ohren zuheilen. Das medizinische Fachgebiet Andrologie, also Männerheilkunde, umfasst Fehlbildung, Erkrankungen und Verletzungen der männlichen Geschlechtsorgane. Letztere werden wiederum eingeteilt in die äußeren, nämlich Penis und Hodensack und innere Geschlechtsorgane, wie Hoden, Nebenhoden, Prostata und ableitende Samenwege. Wusstet ihr, dass der vorzeitige Orgasmus die häufigste Sexualstörung des Mannes ist? Erektionsstörungen hingegen sind wiederum die häufigste Ursache, weshalb Männer eine zumeist urologische Praxis aufsuchen. Laut Studien besteht dabei eine hohe Komorbidität von Erektionsstörungen mit Bluthochdruck, Diabetes mellitus, operativen Eingriffen im kleinen Becken sowie Blasen-Entleerungsstörungen. Letztere wiederum sind zumeist auf eine altersbedingte Prostata-Vergrößerung zurückzuführen. Erschreckend, aber auch bezeichnend für unsere Zeit finde ich die Tatsache, dass bei andrologischen Anliegen bei etwa zwei Drittel der betroffenen psychosoziale Probleme eine Rolle spielen. Somit schließe ich aber wiederum der Kreis zum Movember, dem November im Sinne der Männergesundheit. Hinter diesem Kofferwort aus dem Mustache, also Schnurrbart und dem aktuellen Monat November, steht eine Stiftung, die 2003 in Australien ins Leben gerufen wurde und mittlerweile in vielen Teilen der Welt aktiv ist. Bei diesem Fundraising werden Bros aufgefordert, sich für einen Monat lang ein Schnurrbart wachsen und sich von Freunden, Familie und Kollegen sponsern zu lassen, um Geld zu sammeln. Zur Erforschung, Prävention und Behandlung gegen Prostata- und Hodenkrebs und andere Gesundheitsprobleme wie Affektstörungen bzw. Erkrankungen, Depression und bipolare Störungen von Männern. Mit dem Ziel, neben Spenden zu sammeln, Aufmerksamkeit auf die Gesundheit von Männern zu lenken. Gesagt sei in diesem Zusammenhang, dass nämlich insgesamt 500.000 Neuerkrankungen an Krebs pro Jahr in Deutschland bestehen. Der Prostatakrebs umfasst dabei jedes Jahr bis zu 70.000 Männer. Somit ist er der häufigste Krebs des Mannes, gefolgt von Lungen- und Darmkrebs. Dieser macht auch vor Promis keinen Halt. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang Sir Elton John, Ben Stiller und die Hippie-Ikone Rainer Langhans. Wenn junge Männer an Krebs erkranken, ist dies meist Hodenkrebs mit unter 5000 Neuerkrankungen pro Jahr und einem Lebenszeitrisiko von 1%. Ein bekanntes Beispiel, auch wenn man nicht Radsport interessiert ist, ist der US-Radprofi Lance Armstrong, der 1998 die Diagnose metastasierten Hodenkrebs diagnostiziert bekam und bereits im Folgejahr sowie den weiteren vier Jahren fünfmal nacheinander die Tour de France gewonnen hat. Jetzt mal Doping hin oder her. Weshalb ich dieses Beispiel nenne ist, weil es zeigt, dass Hodenkrebs selbst bei Metastasierung gut geheilt werden kann. Ich könnte an dieser Stelle noch und nöcher ärztliche Erläuterungen von mir geben zu Risikofaktoren, Tumorarten, Diagnostik und Therapie. Worum es mir aber als Gesundheitscoach geht, ist euren Fokus auf eine gewissenhafte Vorsorge zu richten. Diese wird nämlich nur von etwa 20 bis 30% der Bevölkerung wahrgenommen, was mich jedes Mal, wenn ich es lese, ungläubig werden lässt. 95% der Gelder in unserem Gesundheitswesen fließen in die Behandlung von Erkrankungen, also nur ein geringer Prozentsatz in die Gesundheitsförderung und Prävention, weshalb ich manchmal etwas provokativ von einem Krankheitsverwaltungs- statt Gesundheitssystem spreche. Daher gilt es, oder möchte ich euch anhalten, Selbstverantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen. Gesundheitsförderung und Prävention bedeutet nämlich für mich in diesem Zusammenhang wirklich sich bewusst zu ernähren, nicht tagtäglich Fleisch in sich reinzuschaufeln, sondern auch auf eine fettarme, faserreiche Ernährung zu achten mit viel Gemüse, Obst, Soja und Fisch, was auch vorbeugend bei den beiden Krebsarten diskutiert wird. Außerdem möchte ich euch selbst anhalten, euch zu beobachten und wenn ein Wasserverhalt auftritt, nicht zu zögern, frühzeitig einen Urologen aufzusuchen. Des Weiteren gilt die Selbstinspektion, zum Beispiel einmal pro Monat beim Duschen, um Auffälligkeiten des Genitals und des übrigen Körpers frühzeitig zu erkennen. Gerade für uns Männer gilt, ab 35 die Hautkrebsvorsorge, ab 45 die Prostata und ab 55 spätestens die Enddarmvorsorge wahrzunehmen. Wenn entsprechende Risikoanamnese besteht aufgrund von Vorerkrankungen von Familienmitgliedern, gilt dieses natürlich auch schon eher in Angriff zu nehmen. Denn, und das ist mir immer wichtig, früh erkannt ist jeder Tumor in den Bereichen heilbar. Die meisten Männer aber werden erst gesundheitsbewusster, wenn einmal das Kind in den Brunnen gefallen ist. Zurückkommend auf unser allgemeines Mannsein sei gesagt, dass bereits 2012 die Journalistin Hanna Rosin in ihrem gleichnamigen Buch das Ende der Männer erklärte, dass unser Zeitalter anscheinend vorbei sei, da es uns nicht gelungen sei, sich rechtzeitig an eine neue Epoche anzupassen. Diese scheinen Zahlen, wie das aktuelle Geschlechterverhältnis unter Abiturienten mit entsprechender beruflichen Entwicklung im Dienstleistungssektor und an den Zukunftsbranchen in Deutschland, gewiss auch mit einem Augenzwinkern, dass wir nicht ganz aus der Berufswelt verschwunden sein werden, zu untermauern. Denn nämlich gerade Playfulness, also das verspielte Herangehen an berufliche Fragestellungen und unsere Resilienz, unsere Widerstandsfähigkeit scheinen in unserer unsicheren und schnelllebigen Gesellschaft einen entscheidenden Arbeits- und Wirtschaftsfaktor der Zukunft auszumachen. Nichtsdestotrotz wird Diversität am Arbeitsplatz, mehr weibliche Chefs und Teilzeit sowie digital geförderte Effizienz statt nur absitzende Präsenzarbeit die Arbeitslandschaft verändern werden. Möglicherweise wird das Gefühl, etwas Sinnvolles tun zu dürfen, mit entsprechender Dankbarkeit das primäre Ziel, möglichst viel Geld auf dem Konto zu haben, zunehmend überwiegen. Im Job Erfolg zu haben, kann zukünftig somit bedeuten, eine erfüllende Tätigkeit in einer guten Arbeitsatmosphäre und netten Kollegen im wertschätzenden Miteinander mit gelingender Work-Life-Balance zu vereinen. Und was bleibt somit als Fazit für heute festzuhalten? In welche Richtung sich unsere weitere Evolution nicht nur von uns Männern entwickelt, kann jeder von uns mitentscheiden und durch sein Wirken mitbestimmen. Die zunehmende KI wird uns kognitiv irgendwann ein- bzw. überholt haben. Aus meiner Sicht gilt es daher gerade für uns Männer, neben dem Verstand auch sich emotional weiterzuentwickeln und immer mehr auf einen gesunden Körper durch eine bewusste Ernährung, ausreichend Bewegung und Sport sowie Ruhephasen und Endspannung zu achten. Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen sind, wie ihr hoffentlich mittlerweile von mir jetzt wisst, unerlässlich, vorausgesetzt, dass es wirklich von jedem das Ziel ist, ein langes Leben führen zu wollen. Im Zeitalter des Internets wird es uns Männern leicht gemacht, sich konstruktives Wissen auf diesem Wege oder durch Hör- oder Lesebücher anzueignen. Nehmt euch und eure Anliegen ernst. Schiebt Dinge nicht vor euch her, sondern lasst euch kompetent von euch betreuenden Ärzten präventiv beraten. Schließlich zahlt ihr dafür und nicht nur, dass irgendwann etwas Kaputtes eurer körperlichen Maschine wieder repariert wird, eure Krankenkassenbeiträge. Und wenn die genannten Kollegen euch nicht helfen können, wisst ihr, wo ihr mich findet. Hat dir meine aktuelle Podcast-Folge gefallen? Like gern diese Folge, schenk mir einen Daumen hoch und ein Lächeln und abonniere ergänzend für monatliche Anregungen mein Newsletter über meine Homepage www.dr-markt.de. Vielleicht weißt du ja auch mal wieder nicht, was du deinen männlichen Familienmitgliedern zu Weihnachten schenken sollst. Da möchte ich natürlich die Chance nutzen und nochmal mein Buch in Erinnerung bringen. Den entsprechenden Link vom Verlag samt Inhaltsverzeichnis und Leseprobe findest du in der Beschreibung der Podcast-Folge. Es hat mir wieder richtig Spaß gemacht, dich an konstruktiven und zum Nachdenken anregenden Wissen teilhaben zu lassen. Somit verbleibe ich mit dir für heute von Mann zu Mann, Frau, divers, whatever. Bis zur nächsten Folge im Sende der Gesundheit für möglichst alle. Dein Dr. Mark Bis zum nächsten Mal.